In dieser Villengegend wohnt der mutmaßliche Drahtzieher eines Fördermittelbetruges in Millionenhöhe. Dietmar B., ehemaliger Abteilungsleiter beim IHK-Bildungszentrum in Dessau. Hallo Herr ***. Er will mit uns nicht über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft reden. Der Verdacht, Betrug in besonders schweren Fällen. Die Presse spricht von einer Fördermittel-Mafia. Das Verfahren ins Rollen brachte ein vom IHK-Bildungszentrum beauftragter Privatermittler. Man ist auf die Idee gekommen, Fördermittel zu akquirieren, Gelder zu akquirieren, die Maßnahmen nicht durchzuführen und die Gelder unter sich zu teilen. Ausgangspunkt ist das IHK-Bildungszentrum in Dessau. 2005 wird es neu erbaut, mit modernen Seminarräumen, in denen nun fort- und weitergebildet werden soll. Dazu müssen Aufträge her. Der Job von Dietmar B. Er unterbreitet verschiedenen Firmen die Angebote des Bildungszentrums und soll dabei auch Wege aufgezeigt haben, wie die Maßnahmen finanziert werden können. Mit Fördermitteln der Arbeitsagenturen, des Landes und der Europäischen Union. Die Fördermittel wurden von den Firmen beantragt, deren Mitarbeiter außen weiter gebildet werden sollten. Es ging um Beträge ca. 17.000 bis zu großen Maßnahmen von einigen Hunderttausend. Die Fördergelder fließen. Fünf- und sechsstellige Beträge werden ausgezahlt. Die Seminarräume des Bildungszentrums bleiben trotzdem leer. Die Firmen wollten ihre Mitarbeiter lieber in eigenen Räumlichkeiten fortbilden lassen, heißt es zur Begründung. Zum Beispiel in den Räumlichkeiten dieser Firma. Die Mitarbeiter bestätigen die Teilnahme in einem Klassenbuch mit ihrer Unterschrift. Einige lassen sich dabei auffällig häufig fortbilden. Das ist die Anwesenheitsliste für den Kurs Abfallwirtschaft und Umwelttechnik. Teil nimmt neben anderen Frau B. Und zwar an der Zeit vom 8. bis 12. Mai 2006. Gleichzeitig lässt sie sich aber auch in Sachen Haus- und Immobilienverwaltung weiterbilden. Und sie ist nicht die Einzige, die zeitgleich an unterschiedlichen Orten fortgebildet wird. Das war für mich der Sachbeweis, dass die eine oder die andere Maßnahme definitiv nicht durchgeführt worden sein konnte. Seit fünf Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft und vermutet einen Schaden von 9,2 Millionen Euro. Den mutmaßlichen Betrug ermöglichten viele Angestellte erst durch ihre Unterschriften. Doch warum? Wir treffen uns mit einigen von ihnen. Sie wollen nur anonym über ihre Beweggründe reden. Es sei schon klar gewesen, dass sie etwas bestätigten, was offensichtlich nicht stattfand. Es soll sogar direkte Anweisungen gegeben haben, wird uns erzählt. Wir schreiben Gedächtnisprotokolle und sprechen dieser nach. Uns wurde gesagt, wir sollen unterschreiben, dass wir teilgenommen haben, weil das Unternehmen ohne die Fördermittel keine Löhne zahlen kann. Ich hatte Angst um meinen Job, deshalb habe ich unterschrieben. Auch Dozenten des IHK-Bildungszentrums machten offenbar mit und bestätigten, was es nicht gegeben hat. Natürlich wusste ich, dass es nicht rechtens war. Aber die finanzielle Situation des Bildungszentrums war so prekär. Einige meiner Kollegen sind ja schon entlassen worden. Und das zahlte sich offenbar auch für das IHK-Bildungszentrum aus. Laut Kontoauszügen sollen fünfstellige Beträge an das Bildungszentrum geflossen sein. Von Firmen, die ihrerseits Fördermittel beantragt und erhalten hatten. Erst nach vier Jahren flog die Sache auf. Zu den Beschuldigten gehört auch ein ehemaliger Referatsleiter des Wirtschaftsministeriums. Obwohl nicht er, sondern Jobcenter und das Landesverwaltungsamt die Fördermittel vergaben. Welche Rolle spielte der Mann im Wirtschaftsministerium? Es gab im Ministerium bei der Vergabestelle einen befreundeten Mithelfer, der immer dann, wenn es prekär wurde, die Wogen geklettet und sichergestellt hat, dass die Fördermittel auch genehmigt wurden. Seit fast einem Jahr beschäftigten die internen Vorgänge auch einen Untersuchungsausschuss des Magdeburger Landtags. Klar geworden ist bislang, Anrufe aus dem Wirtschaftsministerium wurden offensichtlich als bindend empfunden. Wenn aus dem Ministerium eine solche Anweisung kommt oder eine solche Mail kommt, ein Anruf kommt, ist das auszuführen. Darunter verstehen wir natürlich eine entsprechende, ja, nicht berechtigte Einflussnahme auf dem Ministerium. Der betreffende Referatsleiter arbeitet mittlerweile nicht mehr im Wirtschaftsministerium, sondern im Ministerium für Arbeit und Soziales. Er selbst will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Stellung bezieht stattdessen der Pressesprecher des Ministeriums. Wir haben trotz Nachfrage von der Staatsanwaltschaft bislang nicht erfahren, in welcher Dimension wirklich gegen den Mitarbeiter dieses Ministeriums ermittelt wird. Das Ministerium steht hinter dem Mitarbeiter und aus Fürsorge für den Mitarbeiter und zum Schutz auch seiner Person ist er mit einem anderen Aufgabengebiet in der Arbeitsmarktabteilung betraut worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017